Hallo und herzlich willkommen zu meinem zweiten LP-Projekt, sag ich jetzt mal, auf EXCITE TV. Vor euch am Mikrofon ist Natürlichkeit. So, und warum mache ich noch ein zweites Projekt, wenn das erste schon so schleppend vorangeht? Gerade weil das erste so schleppend vorangeht. Das Problem ist einfach, Ratchet & Clank, Aufnahme super und so, hat man sich einmal mit den Einstellungen irgendwie verdattelt. Kann man letztendlich eine Stunde Aufnahme in die Hölle schmeißen und das Uploaden bei YouTube ist momentan auch alles andere als angenehm. Und ich habe Bock auf ein Point-and-Click-Adventure und das sind genug Ausreden, finde ich, für heute. Also, spielen wir das Vermächtnis, der Baum des Lebens. Habe ich zufällig für 10 Euro heute bei Saturn in der Software-Pyramide gesehen. Habe ich mir sagen lassen, soll ganz gut sein. Auflösung kann man leider nicht ändern. Das heißt, wir müssen mit der 4 zu 3 Auflösung hier Vorlieb nehmen. Soll uns aber egal sein. Hauptsache, das ist ein gutes Spiel. Ich werde in Zukunft häufiger Point-and-Click-Adventure auf dem PC zeigen. Gerade weil der gute Exa, der so ein bereicherter PC ist, keine Point-and-Click-Adventure mag. Und ich die nicht zu kurz kommen lassen möchte. Es gibt so viele geile Point-and-Click-Adventure. Naja, egal. Machen wir mal ein neues Spiel. Ich habe jetzt gar nicht auf die Zeit geachtet. Legt mich. Etwas, das wir für die gesamte Menschheit zu bewahren versprochen haben, ist bedroht. Das schone mich. Wer ist es diesmal? Omega. Ich habe dir gesagt, wir sollten ihn niemals alleine lassen. Kann er wirklich nicht einer von uns werden? Dafür ist es zu spät. Und jetzt? Was sagt ihr? Einverstanden. Nun denn, tu es. Bisschen hakelig. Hm. City Interactive Derbe. Nee-ман. Das ist nicht einverstanden. Nein. Wenn ich inte Grass bringt, dann erst mal sehen. Ouch. Letzter Ort. Man kann die Atmosphäre spüren. Ich bin froh, dass Sie gekommen sind. Meiner Meinung nach haben wir den Nagel auf den Kopf getroffen, als wir Sie einluden, für uns zu arbeiten. Schön zu hören. Ich werde Sie nicht enttäuschen. Dann lassen Sie uns auf den Punkt kommen. Früher war dies Marcells Arbeitsplatz. Jetzt steht er Ihnen zur Verfügung. Hat mein Vorgänger... Sagen Sie einfach Marcel... ...die Sachen katalogisiert? Ja, er hat die Kiste geöffnet, aber sie unglücklicherweise vor seinem Tod wieder verschlossen. Marcel ist tot? Das tut mir leid. Das wusste ich nicht. Eine Tragödie. Ich wollte das nicht drüber erwähnen, damit Sie nicht den Eindruck bekommen würden... Sie verstehen schon. Sie wollten mich nicht entmutigen? Leute sterben, das kommt vor. Ach, was stimmt hier nicht? Der Wind. Er beherrscht diesen Ort. Wie wahr. Es wird schwierig sein, sich daran zu gewöhnen. Manchmal, wenn er so stark ist wie jetzt, scheint er fest wie Stein zu sein. Man könnte das Gefühl bekommen, man kann sich dagegen lehnen oder sich sogar darauf legen. Tun Sie es nicht. Stell ich mir auch super optimal vor. So, wir sind in-game. Es wurde gerade irgendwie, keine Ahnung, sah aus wie so eine Pantomime oder so... ...so Dorftrottel gekillt, anscheinend. Mit einem Pfeil, Giftpfeil, schätze ich mal. Und jetzt sind wir hier für irgendeinen Auftrag. Und ich hoffe, das ruckelt jetzt nicht in der Aufnahme. Ich mache jetzt erstmal einen Part fertig und dann schauen wir weiter. Weil, äh, an der Grafik kann ich ja nichts groß verändern. Und mein PC müsste das eigentlich auch locker schaffen. Also sowieso mehr als ohne Probleme. Gut. Arbeit. Ach, dieser Ort ist beeindruckend. Ja, Sie können sich hier auf Ihre Arbeit konzentrieren. Marcel betrachtete diesen Teil des Turms als seinen privaten Bereich. Das überrascht mich nicht. Es ist hier nicht so wie unten bei mir. Besonders diese Kinder, diese Horde kleiner, wilder. Sie reißen alles in Stücke. Der Fluch der Schulausflüge? Ich liebe Kinder, aber ich bin überglücklich, wenn die Saison vorbei ist. Ja. Vulva, vulva. Diese Kiste, die ich untersuchen soll. Was können Sie mir darüber erzählen? Marcel hat hier irgendwo einen Bericht hinterlassen. Im Grunde sah Paris die Kiste selbst als teures Geschenk, verlor aber plötzlich das Interesse an ihr. Und die Fakten? 16. Jahrhundert gehörte einem dieser spanischen Edelmänner, der die neue Welt in die Knie zwang. Ein sagenhaftes Zeitalter der Segelschiffe, voller Legenden und unglaublicher Angeberei. Sie mögen diese Geschichten auch. Das ist bei Frauen selten. Als ich aufgewachsen bin, hielt ich aus meinem Fenster nach Abenteuern Ausschau, als säße ich in einem Krähennest. Das Haus meines Onkels war eine Galere, die jeden Morgen in eine komplett andere Geschichte aufbrach. Und wo befindet sich die Insel glückseliger Kindheit? Überall. In meinem Fall auf Malta. Richtig. Schließlich lebte ihr Onkel dort. Sein Tod war ein unersetzlicher Verlust für unsere gesamte Gemeinschaft. Und obendrein ein Sinnloser. Okay. Ich hab keine Ahnung, worum es geht. Kommen wir zurück auf die Kiste. Wem hat sie gehört? Vor 500 Jahren gehörte sie Ponce de Leon. Sie wissen, von wem ich spreche? Dem Entdecker von Florida. Er suchte dort nach dem Jungbrunnen. Die Kiste hatte jedoch ihre eigenen Launen. Durch Spanien gelangte sie nach Italien und verschwand im 19. Jahrhundert. Wahrscheinlich in einer Privatsammlung. Nur, um unerwartet bei einer Auktion in England wieder aufzutauchen. Ah, faszinierend. Lassen Sie mich hinzufügen, dass Ihre Geheimnisse von einem Kombinationsschloss geschützt werden. Und zwar einem sehr interessanten. Es ist die Schatulle der Pandora. Nein, okay. Aber auf jeden Fall geht es um eine Kiste. Das ist so viel schon mal sicher. Wegen Marcel. War es ein Unfall? Viel von der Klippe. Wenn Sie also vorhaben, einen romantischen Spaziergang zu unternehmen, lassen Sie es lieber. Das mache ich. Zumindest für heute. Hat er lange hier gearbeitet? Ja, einen Tag zu lange. Er muss die Umgebung gut gekannt haben, oder? Theoretisch ja. Sie wissen, dass Marcel ein Experte war? Aber einer, der unterschätzt wurde. Er war ein neugieriger Bengel. Vielleicht hat er die Festigkeit des Windes ausprobiert. Ich weiß, das war unangebracht. Hm. Noch eins. An solch windigen kalten Abenden wärmen wir uns mit einem kleinen geistigen Getränk. Aber wie bei allen kleinen Dingen dieser Welt muss man seine Grenzen kennen. Hm. Ist das eine Einladung auf einen Drink? Nun ja, natürlich. Vielleicht heute Abend? Danke, aber nein. Ich möchte mich heute Abend gerne ausruhen. Entschuldigung. Ich schätze, das war ein wenig plump. Schon gut. Können Sie mir etwas über das Team erzählen? Die meisten sind im Urlaub. Außer uns beiden gibt es noch Antoine, den Hausmeister, und Claire, die Restauratorin. Aha. Sind wir in Venedig, oder was? Nur noch eins. Ja? Ich bin eigentlich heute nur hier, um das Land auszukundschaften. Ich komme morgen nach Hause und gehe dann für eine Lesung nach Venedig. Es wird ein paar Tage dauern. Ja, richtig. Jetzt fällt es mir ein. Sie promoten Ihr Buch. Kann ich mit einem Exemplar mit Ihrem Autogramm rechnen? Natürlich. Sobald ich aus Venedig zurück bin. Die ganze Auflage befindet sich in Italien. Perfekt. Sie haben mich so neugierig gemacht, dass ich am liebsten noch heute mit meiner Arbeit anfangen würde. Dann könnte ich alles auf meiner Reise überdenken. Na, ich wusste, dass Sie den Köder schlucken würden. In dem Fall werde ich Sie nicht länger aufhalten. Sollten Sie Hilfe benötigen, wissen Sie, wo Sie mich finden können. A. Wo finden wir dich? B. Wer sind wir? C. Wo sind wir? D. Wer bist du? E. Gibt's noch was zu essen? Das wären schon mal die wichtigsten Fakten. Und F. Warum schlägst du Alkohol hier raus? Was ist das? Das ist halt so... Alkohol! Der will dir einen Trink spanieren oder sie sagst... Nein, das ist doch... Nee. Danke. Ich sehe mich mal um. Bis später. So. Who the fuck are you? Das Refugium eines Entdeckers und eines Schatzjägers. Wie aufregend! Nur der vollen moderne Technik-Kram passt da irgendwie so gar nicht zu. Moment mal. Ah, hier kann ich mir ja alles anzeigen lassen. Das ist gut. Das ist... So, also fangen wir mal mit dem Fotokopierer an. Schauen wir uns an. Ja. Hallo. Ich habe nichts zu kopieren, oder? Ach, beschwer dich nicht. Ich muss sie sauber machen, bevor ich irgendetwas kopieren kann. Habe ich sonst hier ein Inventar? Ja, aber da ist nichts drin. Schade. So. Sekretär. Verschlossen. Ah, war ja klar. Ich schätze, hier hat Marcel die wertvollsten Dokumente aufbewahrt. Das heißt, ich brauche einen Schlüssel. Hey, such den Schlüssel, um mal hier die Geisterwille zu zitieren. Äh. Was hatten wir hier noch? Hier war doch so vieles, oder? Bin ich jetzt blöd? Na, hier wäre es mal zur Tafel. Ja. Druck aus dem 19. Ein frischer Wind. Fünf auf der Beaufort-Skala. Ein frischer Wind. Das Ding kentert. Ein frischer Wind. Ja, nee. Eine schwache Brise. Drei auf der Beaufort-Skala. Das ist für mich ein frischer Wind. Die Reproduktion zeigt einen stürmischen Wind. Das ist acht auf der Beaufort-Skala. Das ist ein Orkan. Oh Gott. Aber ich habe auch keine Ahnung, was diese Beaufort-Skala ist. Deswegen halte ich mich da mal raus. Ein Bild von dem Keramikfragment. Das sieht aus wie der Ausgießer von einem Krug. Sieht aus wie eine Teekanne. Wenn ich ehrlich bin. So. Ein polierter Plattenpanzer aus dem 16. Jahrhundert. Ein Meisterstück der Schmiedekunst. Ja. Nach dem Bedienfeld zu urteilen, steckt noch ein Auftrag im 3D-Drucker. 3D-Drucker? Will ich auch, ähm... Nach dem Bedienfeld zu urteilen, steckt noch... Ach, Schnauze. Kann ich... Oh. Was soll ich denn hier rum? Notizbuch. Moment. Britannia. Britannia sind wir in der Britannia, wo auch immer das ist. Derbe. Ah, hier kann ich alles noch mal durchlesen. Das ist gut. Wir sind Sylvie... Sylvie Leroux. Okay. Und das ist ein Museum, in dem wir sind. Das muss man auch erst mal alles drauf kommen. Journal, Dokumente... Pass. Pass. Brauche ich für Auslandsreisen. Sylvie Leroux. Also wir sind Franzosen. Das ist schon mal gut zu wissen. Hallo? Kann ich auch... Achso, da ist ein Kohl's. Ja. Aha. Nee, was haben wir hier? Achso. Spiel fortsetzen. Speichern. Und so können wir alles. Derbe. Aber ich kann. Nach dem... Ja, dann... Hier, druck mal schön, ne? Kann aber auch nicht irgendwie mein Mauszeiger ändern. Okay. Es soll wohl noch nicht sein. Okay. Fenster zur Bucht. Das ist mal ein Platz, wie ich ihn liebe. Der Geruch von Holz, Steinmauern, Büchern. Und von einem Geheimnis, das darauf wartet, entdeckt zu werden. Ja, nee, ist klar. Aber... Also grafisch so schlecht sieht das gar nicht aus, finde ich. Also... Ist halt nicht zeitgemäß, aber... Äh... Es gibt durchaus hässlichere Dinge. Eine Liste der Gegenstände in der Kiste? Das sollte ich überprüfen. Pistol aus dem 16. Jahrhundert. Schlüssel, Ladestock und... Antikes Keramikfragment. Das Fragment haben wir, denke ich mal, dann ja schon... Kann ich hier wieder reinziehen? Nee. Das Fragment haben wir, denke ich mal, ja im 3D-Drucker dann schon gesehen. Eine Liste der Gegen... Kann ich dich nicht... Oh Mann. Okay. Äh... So schöne Ornamente auf dem Deckel. Ich schätze, diese Scheiben sind Teil eines Kombinationsschlusses. Nur bringt es mir nicht so wirklich eigentlich, der Woran jetzt rumzuwerkeln, weil ich ja keine Ahnung was habe, was ich machen soll. Deswegen lassen wir das noch kurz. Kistenseite. Kistendeckel wollen wir ja nicht. Ist ja an der Seite noch irgendwas. Oh mein Gott. Da ist auch noch was. Verschlossen. Ich frage mich, was dieses Schloss sichern soll. Stimmt eigentlich. Eigentlich kommt es zum Schloss hier oben ja am Deckel ran, oder? Hm. Ist das ja irgendwie deine architektonische Meisterleistung. Aber das bringt mir hier ja nicht so viel. Da haben wir jetzt Platz. Kann ich jetzt mit dir was anfangen? Kann ich auch nur betrachten. Ich frage mich. Ich trage mich. Ja.